Guten Morgen, liebe Freunde! Wir machen Morgengymnastik alle zusammen. Seid ihr bereit? Los geht's! Hände hoch, Hände runter. Hände hoch, Hände runter. Beug dich nach vorn, beug dich nach hinten. Beug dich nach rechts, beug dich nach links. Zwei Schritte nach rechts, eins, zwei. Viermal hüpfen, eins, zwei, drei, vier. Zwei Schritte nach links, eins, zwei. Viermal hüpfen, eins, zwei, drei, vier. Dreh dich zweimal, eins, zwei. Klatsche viermal in die Hände, eins, zwei, drei, vier. Gut gemacht! Wir wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss!